Wissen Sie über Ihre Kunden Bescheid? Also wissen Sie wirklich, was Ihre Kunden bewegt, was Ihre Erwartungen und Wünsche sind und wie Sie mit Ihrem Unternehmen diese Wünsche und Erwartungen bestmöglich erfüllen können? Mit der Kontakt- und Kommunikationsverwaltung von Sage CRM Essentials haben Sie einen vollständigen Überblick über all Ihre Kunden, von den Kontaktdaten bis hin zur kompletten Übersicht Ihres Mailverkehrs. Welche Produkte hat Ihr Kunde im vergangenen halben Jahr bei Ihnen gekauft? Über welche Kanäle kommuniziert er bevorzugt mit Ihrem Unternehmen? Wie ist es um die Zahlungsmoral bestellt? Antworten auf diese Fragen finden Sie intuitiv und mit wenigen Klicks in der Kundenhistorie von Sage CRM Essentials. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.